Wie schmutzig ist das Bett eines Ehepaares? Ein Freund aus der Reinigungsbranche hat mir dieses kabellose Handstockmelbensauger empfohlen. Mit einer enormen Saugleistung von 8000 PA und über 10.000 Hochfrequenzschlägen pro Minute. Es reinigt mühelos Staub, Hautschuppen und Textilfasern vom Bett. Kannst du glauben, was alles aus deinem Bett gesaugt wird? Staub, Milben, Hautschuppen und Textilfasern werden alle aufgesaugt. Der Filter kann gewaschen und wiederverwendet werden. Mit der UV-Sterilisationsfunktion kann es tief in die Fasern eindringen und Schmutz und Milben entfernen. Es kann auch als Staubsauger verwendet werden. Um Teppiche, Sofas und Küsspülzeuge, mit denen Kinder oft in Kontakt kommen, zu reinigen und zu desinfizieren. Dieses Gerät sollte in keinem Haushalt fehlen. Mit ihm musst du Bettwäsche nur einmal im Jahr waschen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020